Willkommen zurück zu Kingdom ManCastles. So ein bisschen lauter hier. Zurückkehren! Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir unsere Mauern verschönern. Guck mal, hier ist überall... Guck mal, wie schön das aussieht auf Stufe 2, ne? Den können wir mal höher machen, oder? Wir müssen jetzt mal gucken. Mauern können wir nicht machen, weil ich noch das Badehaus fertig machen muss. Das haben wir in der letzten Folge angefangen. Ich muss das jetzt mal beenden, sonst komme ich nicht dazu, weil ich immer wieder andere Sachen mache. So. Okay, Badehaus. Dann bauen wir noch... Ich habe noch mal zwei Tavernen gebaut. Es wird noch eine Kirche gebaut. Und Häuser werden gebaut. Ich habe Köhlers Jungs gebaut. Man ist eigentlich ständig dabei. Oh Gott. Ich glaube, wir bauen mit Kathedrale hin. Wie wäre es? Ich glubb. Ich glubb. Das ist eine J-Idee. Ne, Kölsch. Ich wohne zwar hier. Ich habe schon manches Lager, aber... Gut, Kölsch. Spreche. Das war nicht... Spreche ist hessisch. Bubble. Ne, äh... Aber so manche Wörter sind doch echt drin. Pens. Butts. Leck mich an die Tash. Halverhahn. Mach die Ports zu. Mach die Ports up. Du Lappen. Äh, okay. Wir warten... Wir hatten einen Dracheneingriff und unser Flakkturm... Macht alle Ehre, ich bin ein paar Achter drauf und schon sind die Drachen Geschichte. Die werden weggekruppt. Krupp. Fürsterei. Bumm. Okay, ich wollte ja keinen mehr bauen. Ne, so viel dazu. So, das ist gebaut... Ich will eine große Bibliothek auch bauen, ja? Wie gesagt, wir müssen jetzt mal wirklich Steine sammeln. Wirklich. Versprochen. Sollte ich es versprechen, wenn ich es nicht halten kann? Wer weiß. So, da sind wir Steine am Farmen, aber nur einmal, glaube ich. Könnten wir aber sogar zweimal Steine farmen. Aber den mal weg. Und hier könnten wir auch zweimal Steine farmen. Das auch nochmal Steine farmen. Ich müsste auch jetzt keine Häuser mehr bauen, weil wir theoretisch genug haben. Die Badehäuser sind überfüllt. Die eines muss aber noch gebaut werden, mein Guter. Für die Schweineindustrie mal ganz nah unten. Dann sind alle anderen wenigstens beschäftigt. Oder die Bauern. Ich meine, die Bauern sind doch auch wirklich gut beschäftigt. Weil davon haben wir genug Überproduktion. Obwohl, so viel ist das gar nicht. Ich könnte hier unten ein paar Bäckereinen machen, dann haben die was zu tun. Aber das will ich die ganze Zeit schon machen und dann habe ich doch keinen Platz. Ich werde jetzt nicht mit ganzen Steinen auf den Kopf hauen für die Straße. Wir brauchen. Was zuerst? Kathedrale oder große Bibliothek? Ich glaube Bibliothek, oder? Bibliothek. Und Friedhof, ja, noch kannst warten. Wir können den aber auch erweitern. Ach, guck mal. Hier wollen sie eine Straße haben. Okay. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Oh, da habe ich einen schönen Garten abgerissen. So. Das ist verbunden. So. Was, mit Dinosini baden? Okay. Okay, sind wir da draußen. Ich habe mich gewundert. Die Feuerwehr macht hier echt gute Arbeit, oder? So, ich würde jetzt gerne wissen. Was war das? Ist irgendwas abgerissen? Stürzen die Gebäude auch irgendwann ein, ja, ne? Das tut sie glaube ich auch. Zustand? Nö. Brandgefahr. Wir müssen neue Soldaten bauen. Äh, 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 äh. So. Wir wollen ein paar mehr Bogenschützen haben. Damit die mal richtig was runterregnen lassen. Na, Speicher 2 von 100. Sind aber genug Arbeiter. Also Schweine gibt es auf jeden Fall genug. Und Tätig 6. Ich sollte das jetzt nicht direkt wieder missbrauchen. Habe ich jetzt eigentlich wieder was gebaut, was Steine verschwendet? Oh, große Bibliothek können wir zuerst machen. Machen wir die große Bibliothek. Bibliothek. Kein Exerzierplatz. Was? Eine Leiche? Nein! Ruperts! Ist in den Matsch getreten. Kosmo Fumo. Müssen nochmal ein Krankenhaus machen. Ein 71er trägt sein was auch so mal weg. Guck mal, da sind sie alle am Baden. Mit der Leiche vielleicht. Guck mal, die sind sogar nackt. Offenblick gibt das keine Claims hier. Weiß ja nie. Schmiede. Habe ich irgendwas vergessen hier? Wir haben alles gebaut. Aber jetzt können wir immer noch... Ne, halt, warte, die Kathedrale bauen wir noch. Dann haben wir alles gebaut. Kathedral. Maximus, Decimus, Kathedralus, non sit. Ähm. Ja, Latein. Fachkundiger, Superabsorbent. Ich kann alles. Alles sprechen. Mandarinen. Apfelsin. Ich kann auch, äh... Kokosin. Und, äh... Superduppidin. Die Sprachen sind einfach zu lernen. Es ist, ne, die schwerste. Aber für mich war das einfach. Ich kann auch österreichisch. Und schweizig. Tja, auf. Es tut mir leid. Okay. Ich habe sie, glaube ich, falsch gebaut, oder? Wir müssen hier sowieso eine Straße noch hinsetzen. Hey, Straß. Was... Hey, wie viele Leute sind denn da. Puh, 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 Puh. Das gut ist, die arbeiten ja ständig. 31 Leute sind geblieben. Die arbeiten ständig. Bei anderen Spielen, wo es nachts ist, wo sie nicht arbeiten, hat man oft Probleme, dass die Liefercamp nicht mehr funktionieren. Aber wenn sie ja ständig... Die sind ja ständig am Arbeiten. Non-stop. Außer Winter ist irgendwie ein bisschen natürlich blöd. Also das mit der Tierzucht ist schon krass. Dass die so schwer... Dass das so schwer geht. Den Fisch auch. Der Fisch lässt sich gar nicht einlagern. Nur bei den Händlern. Und dass der Nahrungsspeicher nur Obst einlagert, ist auch dämlich. Lagert Obst ein. Jedes Stück bla bla bla. Ich weiß ja nicht, wie viel... Das springt. Wie sie es gewohnt haben zu errichten. Achso. Wie sie die Insel an. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir werden es sehen. Naja, das dauert er jetzt hier. Die Groß-Bibliothek. Was ist das? 525 Steine für die Kathedrale. Walterthal. Aber ich müsste vielleicht mal... Die Türme hier. Ich muss das hier mal fertig bauen. Machen wir erst mal die Mauern auf 2. Dann machen wir mal gerade die Sachen da drauf weg. So. 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 Das muss fertig gebaut werden. Und dann können wir die Türme hier auch nochmal ab. So. Baut! Ich muss mal zählen. Wie hoch ist der denn jetzt hier? Neben 5? Was heißt das denn? Neben 2. Also ist 1 plus 3. Also 4. 1. 1. 2. Also von Grund aus 2 plus 1. Also ist das hier... 4 mal drauf gesetzt, ja? So. Wir müssen erst mal fertig bauen, die Leute. Ich glaube, so ist das okay. Ich meine, man kann auch so machen. Vielleicht sollte ich das auch. Ich bin jetzt mal fertig. 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 Wird gebaut, ne? Fisch, du blöde Sau. Äh, blöden Fisch. Ups. Ah, Entschuldigung, hab ich jetzt jemanden angesteckt? Schläfrig ist der Aldemar, schläfrig. Schlaf ein, schließ deine Augen. Es ist besser jetzt zu schlafen. Hör auf, das Let's Play zu gucken. Es ist bestimmt schon sehr früh am Tag, am Morgen oder was auch immer. Oder so sitzt du am Klo und deine Füße schlafen ein. Na, hab ich dich erwischt? Schläfst du, sitzt du am Klo? Hä, 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 räumt sich sogar. Schläfst du oder sitzt du am Klo? Der neue Schlager ist da. Schlag den mal. So. Seid ihr jetzt zufrieden? Hier müssen wir jetzt noch was zu machen. Ich glaube, hier, ich würde mir vorstellen, dass die vielleicht nachher von hier kommen. Also der Flaktum ist super, das reicht ja schon fast. Ja? Theoretisch könnte ich die anderen Dinge alle abreißen und einfach ihn ballern lassen. Rückzug. Ah, Mann ey. Wir machen jetzt nur ein richtig gutes Warhammer 40k-Strategie-Spiel mit vielen Explosionen und allem. Aber Dawn of War 3 ist ja voll für den Arsch. Okay. Ach, ja. Das ist eine Zwischenmauer. Ich glaube, ich mache hier auch eine Verbindung hin. Oder hier so. Oder ich mache ein Pier hier. Ich mache alles voller Pier. Aber ich würde gerne... Warte mal, der Rittersaal. Was war denn jetzt damit? Habe ich den Fallschirm gebaut? Tatsächlich. Oder was auch immer da vorne ist. Das ist vorne. Lasst euch jeden Tag großartige Festmale schmecken. Und noch mehr Menschen bleiben. Bauern haben wir zu wenig. Guck mal, sieh mal eine an. Ich sehe schon. Aber wen soll ich denn unten lassen? Guck mal, Fischindustrie. 100. Also, wenn wir jetzt keinen Fisch rauskriegen, dann weiß ich auch nicht, was damit falsch läuft. Guck mal. Ach, alle sind glücklich, obwohl wir jetzt erst eine Bibliothek bauen. Aber Fisch eingelagert. Nö, kannst du vergessen. Vielleicht funktioniert das auch gar nicht. Da 20. Ich glaube, wir haben sowieso ein Bauarbeiterproblem jetzt gerade. Köhler. 40 Gastwürze. Meine Güte, stellt euch vor. Immerhin gehen die in Köhlers Zeug wieder hoch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also, 1, 2, 3, 4. Schöner jetzt. Alle zufrieden? Hier muss noch gemacht werden. Und hier muss auch noch fertig gemacht werden. Es wird, es wird. Walter Tal, das schöne Tal. Das schönste Walter Tal im ganzen Land. Ich muss was trinken. Ah. Sehr gut. Alrighty then. Guck mal, wie viele Bogenschütze wir jetzt haben. Das ist super, oder? Damit können wir arbeiten. Wir können sie auch, ich meine, wir haben ja eigentlich einiges an Geld. Aber ich glaube, ich will lieber, äh, die, die Bogenschütze würde ich lieber upgraden. Vielleicht macht das auch generell die Waffenkammer. Die Waffenkammer. Fahnen-Zulage geht aber nicht, nicht voll besetzt. Vielleicht deswegen. Nee, wie, das hat... Gibt nur einmal, oder? Okay. Mal gucken, wie lange sich das Geld dann hält bei uns. Guck mal, Korn, echt ein Problem. Aber jetzt haben wir nochmal richtig was geerntet, glaube ich. Aber Brote holen die sich alle gar nicht. Ich glaube, das ist alles zu weit weg. Her mit den Broten. Oh. Oh, jetzt wird aber der Friedhof aber voll hier. Wird der Friedhof... Ich will aber nur einen Friedhof haben. Ja, das ist das Blöde. Pass auf. Pass auf. So. Mehr Platz auf dem Friedhof. Ich glaube, desto länger man spielt, desto weniger Platz auf dem Friedhof hat man, hä? Also natürlich, aber irgendwann ist es halt ganz blöd. Guck mal, hier ist ein richtiger... Der abgelegene... Der abgelegene Burgabschnitt. Die Wikinger greifen an. Wikinger? Wir schaffen jetzt noch. Okay, von wo? Oh ja, ich wusste es. Gut, dass wir hier gebaut haben. Ich bin der Beste. Und natürlich habe ich hier nicht gebaut. So schnell geht das jetzt auch nicht, aber egal. Kommen zwei Bogenschützen-Dinger hin. So! Un'armee? Geld, ja. Das wird knapp mit der Gefahrenzulage. Vielleicht machen wir das nur, wenn wir es wirklich brauchen. Bereit machen, Männer! Auf die Mauern! Aktive Effekte. Gefahrenzulage. Okay, vielleicht machen wir das wirklich nur, wenn es sein muss. Alter. Da kommen sie. Die Barbaren. Die Barbaren kommen! Müssen wir Bilder machen von unseren super neuen Abwehrsachen hier. Der Flak-Turm zum Beispiel. Oh, wie cool das aussieht. Toll, oder? Wo sind sie? Da sind sie im Wald. Okay, wo wollen die denn hin? Wollen die hier unten lang? Die wollen wahrscheinlich wieder durchs Wasser, aber ich glaube, sie wissen es noch nicht wirklich. Da sind noch mehr. Okay, die wollen wahrscheinlich umfahren. Mehrere Punkte angreifen. Genau, teilt eure Kräfte auf, ihr Trottel. Macht den Napoleon. Waterloo. Schießt der Flak-Turm auch? Oh ja, der schießt jetzt auch. Ah, geht durchs Wasser. Finde ich super. Braucht er nämlich immer länger, ihr Lappen. Ihr Lappen. Trottel. Und das war's schon. Und die anderen? Ich glaube, die Gefahrenenzulage können wir wieder ausmachen. Ist einfach zu teuer. Ich hoffe, sie überlegen sich, oder? Jetzt kommt der nächste Dracheneingriff erstmal. Wir müssen mal hier ein Marktplatzchen machen. Sehe ich gerade. Das habe ich ja alles wieder abgerissen gehabt. Was mache ich denn hier? Soll ich hier eine Straße reinmachen, damit es irgendwie... Oh, ich weiß, was ich mache. Burgtreppe. Das haben wir ja gar nicht gemacht. Warte mal. Ach so. Baut die Burgmauern, lassen sie mit Teilenheiten auf den Mauern laufen lassen kann. Das war das. Ich dachte, die können auch durch die Türme rein. Ich trottel. Was habe ich denn hier gebaut? Okay, es tut mir leid, Leute. Jetzt habe ich jetzt... Wie viel habt ihr das geschrieben? Es tut mir leid. Ja, ja. Ich weiß. Ich weiß. Blöd. Oh, da kommt er. El Dracho. Seid ihr hier geblieben? Ja. Ja. Schieß. Schieß auf das, was... Komm. Zu deinem Feind. Flieg zu deinem Feind. El Tomus. Krupp Tower. Nicht Trump Tower. Krupp Tower. In das Spiel. Mann, ich hatte das ja gelesen mit der blöden Treppe. Oh, Alter. Kommen sie doch noch. Schafft er nicht. Der Turm ist zu hoch. Oh Gott. Was ist denn mit der Zugbrücke hier? Hat das jetzt mal alles funktioniert? Ja, ne? Guck mal, da müssen wir noch... Habe ich auch vergessen, siehste. So, hier haben wir eine Zugbrücke. Dann machen wir das hier auch mal. Scheiß drauf. Wie teuer ist das denn überhaupt? 50 Gold. Meine Güte. Mal den Wald mal hier weg. Ja, das tut mir sehr leid. Scheiß, ich hatte das doch gelesen mit der blöden Treppe und dann wieder vergessen. Gut, da auf die Mauer zu gehen ist blöd. Ist es trotzdem irgendwie? Dann weg mit dir. Weiche dem Militär. Weiche dem Militär. Ja, Entschuldigung. Aber wir müssen mal hier Brücken bauen. Können die Wikinger auch leichter hier rüber. Aber es muss mal sein. Muss ja nicht unbedingt Steinstraßen bauen, oder? Habe es dann trotzdem getan. Okay, aber das muss auch hier noch fertig gemacht werden. Wie war das? Die Mauern hoch und die dann... Fünf. Und die sind auf... Vier. Also noch einen hoch. Kann von mir aus ja hier der längliche Turm bleiben. Teuer wird es. Teuer. Und wir spielen ja auch schwer. Ich habe doch auch schwer. Nicht auf easy. Wurdert mich wirklich. Wurdert mich. Ich dachte, wir müssen echt übelst leiden. Aber geht ja alles. Auch schwer ist echt nur Happiness, hm? Wir haben Hungersprobleme. Aber es kann doch nicht sein. Die Bauern sind doch jetzt kein Problem. Oh Gott. Scheiß drauf, Bauern nach oben. Soll die Schweineindustrie leiden? Hauptsache die Bauern nicht. Ballistenbediener. Sollen die leiden? Dann leiden halt die Ballistenbediener. Und die Bogenschützen. Oder eher die Bogenschützen. Sollen die überleiden? Ne, und die Ballistenbediener müssen auch leiden. So. Guck mal, wie. Ich meine, es bleiben so viele Leute. Und wir haben immer noch so wenig. Ach ja. So. Hungrige Haushälter. Ja, ja, ja. Gleich nicht mehr. Keine Sorge. Keine Socke. Ich habe nochmal voll Bock auf Stronghold. Leute, soll ich nochmal Stronghold HD spielen? Ich habe sie eigentlich schon mal gemacht. Erst vor ne, zwei Jahren oder so. Erst vor ne, zwei Jahren. Stronghold Crusader. Habe ich die Kampagne. Stronghold HD die Kampagne noch nie gespielt. Soll ich mal Stronghold. Ich mache aber, ich würde gerne nochmal Stronghold HD spielen. Und dann irgendwie auf schwer oder so. Ich habe die, glaube ich, auf normal gespielt. Sire. Ja. Me Lord. Ja, me Lord. Me Lord. Ja, Geld, Geld, Geld. Ist a problem. Und desto mehr wir bauen von den Ballistencruise und so, desto teurer wird's. Ich meine, ich kann aber auch nichts machen, dass es irgendwie mehr abwirft, oder? Versorgungswege. Ja. Ich könnte noch mehr Marktstände bauen für die Versorgungswege. Das ist ein großer. Generell mal ein bisschen was platzieren. Okay. Ah, wunderschön. Yeah. Oh, Mann. Ich musste schon wieder aufhören. Leute. Es tut mir leid. Ich muss hier aufhören. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Danke. Momentan, es gucken so viele Leute auf dem Kanal zu. Es freut mich wirklich. Wenn ihr Ideen habt, was ich spielen soll, haut es in die Kommentare. Es kann immer sein, dass ich spiele. X-Move Defense ist auf euren Mist gewachsen. Zum Beispiel, ja. Und ich werde demnächst mal wieder Foundation spielen. Sehr tolles Spiel. Wird euch bestimmt auch gefallen. Und da gibt's ja bald ein großes Update mit UI und so. Und die Leute arbeiten besser. Und was weiß ich nicht was. Ich hab ja auch Day of Billions gespielt. Aber leider suck ich in dem Game ziemlich hart. Und beste Spiele, in dem sie schlecht sind, ne? Und naja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ihr seid die Besten und bis dahin, wie immer, haut rein. Nicht vergessen, kommentieren, Daumen lassen oder abonnieren, falls ihr schon getan habt, wenn ihr zugespampt werdet von Benachrichtigungen. Wenn ich Videos hochlade, dann lasst es lieber bleiben, ja? Aber ihr könnt ja auch die Benachrichtigungen ausmachen, ja? Und nicht vergessen, ihr müsst meine Videos zu Ende gucken. Watchtime ist das Wichtigste bei YouTube. Also bis dahin, Leute. Haut rein. hsch... 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 Bis zum nächsten Mal.